die wahrscheinlichkeit wirklich richtig berechnen ach schade ich habe das video ich habe es gemacht ich habe es gesucht es ist weg ich muss es noch mal hier entsprechend einfügen leute wie kann man hier richtig berechnen erinnern wir uns noch mal wir hatten ja in den vorigen videos gesagt p von einem ereignis ist gleich durch mehr also günstiger durch mögliche ereignisse so kann man die ausrechnen okay wir sagen dann hier die möglichkeit probability von dem elementar ereignis 5 bei einem würfel ist gleich ein sechstel das wissen wir das nicht weiter schlimm wir hatten eigentlich geschrieben früher so oder schreiben auch viele p von und dann es fällt die 5 ist gleich ein sechstel woher das kommt ja gut na ja noch schlimmer wird es wenn ich sage ich möchte die möglichkeit heraus finden von die fünf soll zweimal hintereinander fallen beim würfeln also gleich hintereinander weg dann sage ich ja okay ein sechstel mal ein sechstel ist 1 36 ist die produktregel anders das beispiel jetzt nehmen wir mal schon die bessere schreibweise die möglichkeit dass die 4 fällt und die möglichkeit dass die 5 auch fallen kann ist ein sechstel noch von 4 und ein sechstel noch mal von 5 das heißt meine chancen 4 oder eine 5 zu bekommen ist schon ein drittel das dann die summen regel schreiben wir das doch mal besser wir schreiben wir kombinieren mal summen und produktregel da müssen wir nämlich nicht so viele regeln merken wir sagen okay die möglichkeit dass und jetzt schreiben wir das so wie was unsere leute sind es gewöhnt gewohnt sind von den elementar ereignissen 4 und 5 ist ja und das ist jetzt nur wieder leicht diese möglichkeit ist ich habe 12 möglichkeiten die für mich günstig sind durch sechs mögliche ereignisse geht doch viel schneller oder so die andere sache wenn ich jetzt sage ich möchte zwei mal hintereinander würfeln die produktregel mal zusammengefasst lohnt es sich zu schreiben p von zweimal dass die fünf fällt ist gleich ein sechstel mal ein sechstel kann ich auch abkürzen als ein sechstel 2 ich gehe es nicht irgendeinem fad entlang sondern ich fasse das einfach zusammen allgemein gesagt p von und jetzt k ist immer wie oft mache ich das irgendein auf ein bestimmtes ereignis zu spitzen ist die anzahl dieser ereignisse also wenn hier zwei drinstehen kann ich hier oben die zahl zwei hinschreiben anzahl von den ereignissen durch die versuchsanzahl wie oft durch die möglichkeitsanzahl also was rauskommen kann 1 2 3 4 5 6 beim würfel oder was weiß ich und das hoch k schreibt sich doch schneller aber jetzt kommen wir mal zum mensch ärgere ich nicht das ist ja viel unterhaltsamer wir wenden das ganze jetzt mal an nehmen wir mal an ich bin der blaue und ich bin ganz gut gewesen ich habe glück gehabt ich habe mich nicht geärgert bisher aber ich stehe jetzt kurz davor meine steine ins ziel zu bringen und zwar stehe ich einmal hier und einmal hier und die anderen mitspieler die haben irgendwo auf dem feld andere sachen zu tun gehabt denn die lauern darauf und sagen warte mal der grüne der roten der gelbe die möchten gerne wenigstens den schmeißen oder vielleicht auch noch den damit sie mich wieder verdrängen was brauche ich jetzt damit ich so schnell wie möglich meine steine sichere mir nützt eine 1 nützt aber auch eine 2 also schreibe ich rein die 1 nützt mir immer mit semikolon trennen die 2 nützt mir auch dann hätte ich den abgearbeitet es nützt mir aber auch 1 oder 2 hier nicht 3 auch nicht aber eine 1 2 3 4 und eine 5 nützt mir auch also das sind die zahlen die helfen mir und wenn ich sage naja wenn die mir helfen dann habe ich schon die anzahl der möglichen der günstigen ereignisse und sage 1 2 3 4 stück und und das durch beim würfel habe ich nur mal bloß diese blöden sechs möglichkeiten und dann habe ich vier sechste beziehungsweise zwei drittel also meine chancen entsprechen also ungefähr 66 prozent Komma 6 also 67 prozent das sieht schon ganz gut aus wenn ich so stehen dementsprechend sollte auch immer die spielstrategie sein die möglichkeit zu erhöhen mit irgendeiner zahl doch zu gewinnen jetzt nehmen wir mal an ich habe den einen stein gesichert und zwar den der hier stand den habe ich mit einer 5 dahin gekriegt und ich sage so jetzt stehe ich hier und die anderen sind weiter vorgerückt und der gelbe ist leider an mir vorbeigerauscht ok ganz egal jetzt sage ich was nützt mir entweder eine 1 oder notfalls auch eine 6 dann kann ich nochmal würfeln ich will jetzt noch nicht den zweiten wurf betrachten sondern jetzt nur diesen wurf welcher ist jetzt erstmal wichtig also sage ich wieder ich habe 1 2 stück die günstig sind für mich im wahrsten sinne des wortes von 6 die der würfel hat müsste einen leuchten so rechnet man es aus geht eigentlich ganz schnell so jetzt ist aber die ganz große frage nehmen wir an die haben mich alle rausgeschmissen und ich muss nur 6 würfeln die große frage ist wie oft muss ich für eine 6 würfeln und mein wunsch ist wenigstens zu 90% Erfolg zu haben 6 mal denkt man immer ne aber wie oft kennen wir die situation dass man würfelt und würfelt und würfelt und würfelt und würfelt man hat drei versuche es wird nichts und die nächste runde und es wird nichts es wird nichts es wird nichts der ansatz ist wieder mit unserer formel das ist das schicke an formeln man kann mit formeln nämlich rechnen mit worten nicht deswegen auch immer ich bin formel fan formeln und dann einsetzen wir sagen also 90 prozent sind ja 0,9 0,9 soll die möglichkeit sein dass ich eine 6 würfel ich habe extra fragezeichen und alles farbig markiert ist das wirklich so mal sehen wenn ich sage naja gut dann ist das so die möglichkeit von wie oft muss ich würfeln das weiß ich noch nicht schreibe ich also k mal dass ich mal eine 6 endlich kriege ist ja ein sechstel hoch k mhm schön wenn ich das so ansetze kriege ich raus ich müsste nur 0,05 mal würfeln das wird nicht gehen Leute hier muss man sich des gegenereignisses bedienen machen nicht viel aber ist ganz nützlich wir sagen es mal anders gegenereignis heißt ja ich würfle keine 6 also das heißt 1 minus und jetzt kommt diese Variante wie oft würfel ich bei einem wurf keine 6 5 sechstel mal und das hoch k schon wesentlich einfacher warum einfacher guck mal ich muss oft würfeln und werde dabei das gegenereignis haben so muss ich rangehen das ist jetzt für höhere klassen also die neunte und die zehnte und die anderen sowieso die höheren die können das ich mache dann für die nochmal einen verweis hier oder vielleicht auch zum schluss muss ich dann sehen und zwar wie geht man damit um das ist ja eine Exponentialgleichung kein Problem auf den Verweis gucken dann gibt es auch eine Faustformel zu ich mache es jetzt mal ganz schnell also ich logarithmiere beide Seiten ich schreibe einfach lg hin dann steht hier lg 0,9 ist gleich äh stopp Punktrechnung vor Strichrechnung klaps rückwärts erst die Klammer und dann der Punkt und dann der Strich so also ich sage Moment mal erst mal die 1 weg ich könnte auch alles logaritmieren wird aber kompliziert also Minus 1 dann steht hier Minus 0,1 ist gleich Minus das hier nicht vergessen 5 Sechstel hoch K äh mit Minus arbeiten nehmen wir mal alles mal Minus 1 alter Trick dann steht hier 0,1 ist gleich und jetzt habe ich überhaupt kein deswegen habe ich die Minus sind jetzt weg habe ich das so gemacht und jetzt steht hier das und ich bin schon fast fertig jetzt kann ich logarithmieren ich schreibe einfach lg davor lg 0,1 ist gleich lg von 5 Sechstel hoch ach was brauche ich nicht hoch K dieses K das wandert sowieso hier hin so und jetzt stelle ich bloß noch um und sage K soll alleine stehen mich stört mal Logarithmus von 5,6 also teile ich durch lg von 5,6 5 Sechstel dann steht hier lg 0,1 durch lg von 5 Sechstel und das ist K jetzt kann ich ausrechnen das kann ich nämlich in den Taschenrechner eintippen sonst geht es nicht das war schon fast die Faustformel erklärt und dann kommt raus dass ich ungefähr 12,6 ist mir jetzt egal ist K also 12,6 mal würfeln muss das heißt in der Praxis 13 mal muss ich würfeln und das kommt unserer Erfahrung schon näher ich hoffe dass dieses Video die ganze Sache ergänzt wie berechnet man Wahrscheinlichkeiten das war ja eigentlich unser Thema und zwar nochmal zusammengefasst mit kurzschreibweisenden Formeln damit man rechnen kann so wie zum Schluss hier dann kann man rechnen dann geht das mit solchen Sachen kann man rechnen sieht jetzt vielleicht ein bisschen grischelig aus soll aber nicht weiter stören soll helfen ich hoffe es hilft ich wünsche mir irgendeinen Daumen von euch mal sehen bis denn tschüss